Hallo und willkommen zurück zu Contrast. Sehr groß. So wie wir aussehen kommen wir auch wirklich von da. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Mal looken, was hier so zu gucken gibt. Oh. Schau, hier ist der Balloon. Es wurde geschnagd, so dass sie es nicht ausziehen können. Aber niemand kann da raus, um es entengeln. Ich wette, dass jemand nicht aufzunehmen hat, als er es entengelt hat. Ich denke, wir brauchen nur ein... Ein Karusel! Ich denke, ich kann es aufzunehmen. Haben Sie irgendwelche Leuchtkugeln? Ich denke, wir brauchen nur eine oder zwei mehr. Verdammt. Wir haben keine Leuchtkugeln? Was soll das? Nummer 1. 1 von 15 in diesem Kapitel. Halleluja! Und hier dürfte irgendwo Nummer 2 sein. Oh! Was ist das denn? Hä? Nein, 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 nein. Ich tue nicht direkt das erste Freischalten jetzt. Ich brauche noch eine Leuchtkugel. Where is it? Ah, da oben. Wie komme ich da hoch? Hier drüber. Das Schatten gibt es hier auch kaum. Kann ich da drauf? Bestimmt, oder? Oh, Mann! Wie komme ich... Wo ist die Leuchtkugel? Hä? Wo ist die hin? Da. Ich muss irgendwie auf das Dach von dem Karussell. Schatten gibt es hier nicht. Wie komme ich denn auf das Dach? Da! Mann! Die unsichtbare Wände. Gut. Aber hier gibt es bestimmt irgendwo anders auch noch Leuchtkugeln. Ah. Ah, okay. Ich glaube, da drinne steht sie auch gleich. Ah, Leuchtkugel. Oh Gott. Schlag noch mal. Also... Irgendwie habe ich das Gefühl, mit den ganzen Schatten... Es... Könnte irgendwie mit einem Paralleluniversum zusammenhängen. Könnte. Oh. Ja, schön gedacht. Schlecht gemacht. Kann man irgendwie hier noch was... Kann man die Ballons hier versetzen? Nein. Alter. Schlag mich doch. What the fuck? Na komm. Hopp. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Nein. Schwer. Okay. Wow. Yay. Zwei Leuchtkugeln haben wir schon. So. Jetzt kann man auch das Karussell einschalten. Doo. Ach schön. Ja, natürlich. Aber jetzt haben wir hier wenigstens... Oh Gott, ich weiß schon, was jetzt kommt. Oh Gott. Höh, Pferdchen! Oh Gott! What the... Ach man, der Schatten. Wee, riechern, Pferdchen! Geh lang, kleine Pferdchen! Das war auch im Trailer drin, glaube ich, dieses Bild. Nein! Ah! Ärgerlich! Es lief so gut! So gut! Oh nee, hab's vermasselt. Ah! Oops, sorry, was I'm in the way? Pferdchen! Ich mag Pferdchen! Nein! Hopp! Pferdchen sind toll! Pferdchen sind toll! Oh, leck mich doch im Arsch. Wahoo! Wee! Yay! Ja, die hat Freude und ich muss hier rumscheißen. Oh, ey. Na, der erzähl ich was zu Hause. So, komm! Spring! Ups, sorry, was I'm in the way? No, no, no. So. So. Are you okay out there? You need any help? Here, jump on this! Dankeschön! I think you're going to need to get that beacon working. Yeah, yeah. Huh! Okay, now you can get up to the roof and untangle Daddy's balloon. So. Ach, schön. Oh, das wird lustig. Ah, Mond! Nein! Ja, wenigstens kann ich jetzt hier einwandfrei hochlaufen. Oh! Huh! Boah! What the? Geil. Das ist so geil mit den Schatten. Ich feier das. Richtig geil, das Spiel. Huah! Todesstern. Was haben wir hier? Ja, Unschach freigeschaltet. Die Zyklopenflasche. Schick. Ach, ich feier das Game. Das macht richtig Spaß. So, mach ab. Ja, du hast es geschafft. Okay, schau in. Ich bringe ihn zurück. Nee, da ist nur eine Kugel. Das war großartig. Ich wünsche, ich könnte das tun. Willst du mir am Tag teachen? Ach, schön. Repariere die zwei übrigen Attraktionen. Ei, 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 ei. So, wie komme ich da hoch? Ich will diese scheiß Kugel. Ich glaube, ich muss nochmal den ganzen Rammstamm machen. Ich will das jetzt nicht unbedingt mit der Aufnahme machen. Da habe ich immer Angst, dass ich da zu weit springe. Ich weiß nicht, dass ich da zu weit springe. Ich will das jetzt nicht mehr anziehen. Ich will das nicht mehr anziehen. Das ist alles, das ist alles. Ich will das nicht mehr anziehen. Ich will das nicht mehr anziehen. Schade. Ah, Mann. Na gut, dann gehen wir erstmal nochmal... Äh, wo geht's hier raus? Da. Balloon! Wah, Steuerung. Wie komm ich da hoch? Oh, eine Leiter. Schade. Oh. Ich glaub, der hat Rückenschmerzen. Schlag ihn! Yes! Grad so noch. So, was steht da? Cha... Charusco. Oder sowas. Ähnliches. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Hey, hat jemand die Prinzessspuppete gesehen? Wir können nicht wirklich die Geschichte ohne sie anfangen. Das klingt wie Vater. Was ist das denn? Ich weiß, sie ist irgendwo irgendwo. So, Leute, in Kürze, beziehungsweise morgen geht die Vorstellung weiter. Wir sehen uns dann... In der nächsten Folge von Contrast. Das war Folge 5, ne? Also dann. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Und wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung. Direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video. Und ja. Schau mal vorbei, ja?